Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit dem letzten Videotagebuch des Jahres 2022. Ich hatte ja bereits angekündigt, heute ist kein normaler Kampftag hier auf der Baustelle. Das heißt, hier zwischen den Tagen über Heiligabend habe ich natürlich nicht gearbeitet hier. Deswegen ist hier auch nichts vorwärts gegangen. Aber wir können die Zeit wunderbar nutzen, so am letzten Tag des Jahres, für, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, einen kleinen Jahresrückblick. Und so was machen wir heute mal? Wir schmeißen gleich mal den Riemen auf den Orgel und gucken einfach mal, was ist eigentlich dieses Jahr so in den unterschiedlichen Tagebüchern Stück für Stück passiert? Welche Arbeitspakete wurden dieses Jahr angefangen? Welche wurden abgeschlossen? Naja, und natürlich die Frage, bin ich damit einverstanden bzw. zufrieden, was hier so passiert ist? Es ist ja manchmal im Nachhinein, wenn man es sich dann anschaut, ganz interessant zu sehen, was alles so vorwärts gegangen ist oder wo es eben noch so ein bisschen gehakt hat. Das machen wir heute. Und da würde ich sagen, quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wir springen direkt in unser erstes Tagebuch. Ja, und angefangen hat dieses Jahr mit dem Tagebuch Nummer 94. Da musste ich tatsächlich erstmal so ein bisschen recherchieren, wo wir da überhaupt waren. Und ja, das war im Prinzip auch noch alles hier im Rahmen dieser Aktion von der Giebelwand. Da hatten wir ja im Prinzip den Rähmtausch gemacht. Das war alles noch im Jahr 21, dass wir die ganze Giebelwand auseinandergebaut haben, abgestützt haben, das alte Rähm da raus, das Tor da raus und dann das Ganze wieder von vorne neu restaurieren. Ja, und jetzt hier, das ist aber 21 gewesen und jetzt sind wir hier in 22, haben wir dann diesen, ich nenne es mal linken Teil der Giebelwand, dann das gesamte Fachwerk neu gemacht. Alle Riegel, alle Ständer. So, was wir jetzt hier sehen, das ist glaube ich der Eckständer schon, den wir da jetzt zum Schluss gemacht haben. Da hatten wir uns dann am Ende auch noch zu entschlossen, den ebenfalls neu zu machen, dann, dass die Wand praktisch komplett mit der Ecke dann als komplett neue Einheit dann gebaut wurde. Hier sehen wir jetzt auch sehr schön mit dem Teleskoplader, das war wirklich, diese Maschine hat uns hier extrem weitergeholfen, hier mit Schraubzwingen und so einem Schlupf da dran und dann konnte man die Ständer wunderbar hier einbauen. Das ging wirklich gut, war natürlich ein bisschen auch nicht ganz so einfach mit dem Teleskoplader, das ist jetzt ja nicht so unbedingt so eine Mega-Präzisionsmaschine, aber letzten Endes ging das so schon ziemlich gut. So konnte man das ganze Fachwerk zusammenstecken und jetzt die ganzen Holzarbeiten, das kennt ihr ja aus den Tagebüchern, also das Bearbeiten von den Ständern, die Zapfen zu schneiden mit der Zapfenschneidersäge da, war schon alles ziemlich cool, hat eine Menge Bock gemacht. Das war so der Übergang jetzt mit dem Anfang diesen Jahres und bevor praktisch die ganzen Arbeiten mit dem ganzen Abriss von innen, Protonen und so weiter wieder begonnen haben. Das finde ich, da freue ich mich auch schon total drauf, wenn das jetzt weitergeht an der breiten Seite, an der traufen Seite mit dem Fachwerk, dass wir wieder so ein bisschen Holzarbeiten machen. Ja, hier mit der Ecke hatten wir praktisch den Abschluss dann auch in diese Richtung, mit den letzten drei Riegeln dann in Verbindung zum alten Fachwerk. Dann haben wir das soweit fertiggestellt jetzt hier, da fehlt natürlich jetzt noch die Schwelle, die haben wir dann ein Tagebuch später da reingebaut, aber so ist das ja eigentlich schon mal alles relativ ordentlich. Also da freue ich mich schon drauf, wenn ich mir das mal so vorstelle, wenn das jetzt mal mit Lehmstein dann ausgefacht ist. Ich glaube, dann hat das schon durchaus einen Charakter. Schwierig wird noch der Pfosten von dem Tor, hier jetzt der ganze rechte Pfosten sozusagen, weil der muss ja dann auch noch geschnitzt werden. Das machen wir aber dann auch erst, glaube ich, ein ganzes Stück später, weil da kommt es ja auch nicht drauf an. Das hat jetzt ja nichts mit irgendwelchen anderen Arbeiten zu tun. Wie gesagt, das haben wir jetzt hier, das waren noch ein, zwei Tagebücher, da hatten wir hier den ganzen Kram fertig. Dann sind wir auch schon bei Tagebuch 97. Da ging es dann tatsächlich schon los mit der Treppe und das hat mich ernsthaft überrascht, dass ich wirklich Anfang des Jahres bereits an dieser Treppe angefangen hatte. Ja, da kann ich dann, da war ich dann, das war für mich wirklich so, wo ich denke, so boah, so vom Gefühl her, ja, hat das so lange eigentlich gar nicht gedauert. Aber offensichtlich, ich habe das ja auch viel dann wieder unterbrochen, aber nichtsdestotrotz hat diese Treppe doch sehr viel Arbeit gekostet, weil ich mir auch hier zur Aufgabe gemacht habe, die ganzen Teile heile zu lassen. Also wirklich nichts zu zerstören und einfach nur mit der Kettensäge praktisch alles kaputt zu sägen und aufs Feuer zu werfen, sondern möglichst alles intakt zu lassen. Dann hatte ich mir hier noch einen Scherz erlaubt, das hatte ich zwar ein, zwei Tagebücher später aufgelöst, aber ich glaube, das haben nicht alle gemerkt. Da habe ich so getan, als hätte ich hier unter der Treppe noch was in Anführungszeichen Wertvolles gefunden, ein Schatz aus der Vergangenheit. Das sind übrigens meine Mickey-Maus-Hefte von früher, die habe ich da natürlich deponiert. Diese Ravioli-Dose sollte eigentlich dann so ein bisschen der Hinweis sein, dass das ein Spaß ist, aber ich glaube, es haben tatsächlich nicht alle gemerkt. So, für das Tagebuch 100 hattet ihr euch dann ein Interview mit meiner Frau gewünscht, das habe ich geliefert. Ein paar Fragen von euch habe ich an meiner Frau gestellt, war ein sehr interessantes Interview und ich glaube, wir hatten alle so ein bisschen Spaß. War mal eine ganz nette Abwechslung. So, dann ging es weiter mit meinem völlig zerstörten Garten, hätte ich fast gesagt, wo ich mir da im Winter alles kaputt gefahren habe. Da hatte ich dann ja hier von Securatec diese Fahrplatten bekommen, die immer noch bei mir hier liegen. Und ja, dafür gesorgt haben, dass das hier, so wie es jetzt aussieht, nicht nochmal passiert ist. Weil jetzt kann ich hier mit meinem Teleskop leider und den Baumaschinen und was weiß ich immer wunderbar hier über die Fahrplatten fahren. Und fahre mir halt nicht mehr diesen ganzen Boden hier kaputt, wie ich es zuvor getan habe. Das hier sind noch so ein paar Ankergitter. Daraus habe ich mir dann hier hinten vor dieser Palettenplattform und vor dem Erdhügel, vor dem Mount Fachwerker noch eine kleine Plattform gebaut. Kann ich auch nur bestätigen, hat auch wunderbar funktioniert bis heute. Die liegen da und wachsen jetzt langsam zu. Das heißt, die werden immer unsichtbarer. Und der Boden ist aber super verfestigt und passt perfekt. Kannst du mit Baumaschinen drüber fahren, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Also das ist schon, das war mir definitiv eine sehr große Hilfe. So, und dann geht es auch schon los mit der Arbeit an der Kranplattform. Hier war ja immer noch neben der Terrasse so ein Blumenbeet, wo so ein paar von diesen, was sind das, Rhododendrons oder was, gestanden haben. Die habe ich umgepflanzt. Ich habe dann zugesehen, dass ich diesen Blumenkram da, dieses Blumenbeet da rauskriege, diese Randsteine weg. Und mir hier eine Kranplattform baue. Weil, ja, das war dann tatsächlich, das hatte ich auch noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich so früh mich schon hier um den Kran gekümmert hatte. War natürlich auch eine Aktion, sag ich mal, du guckst halt immer bei Ebay, bei Kleinanzeigen. So, irgendwann hast du dann einfach mal ein Angebot und dann musst du natürlich auch zugreifen. Und ob so ein Kran dann nachher ein, zwei Monate oder auch Jahre dann länger steht, wenn er erstmal da ist, dann ist es ja auch nicht schlimm. Deswegen, da musste ich dann eher natürlich die Gelegenheit nutzen und habe dann schon relativ früh einen Kran bekommen, obwohl ich den bis heute noch nicht benutzen musste. Ja, Tagebuch 106, da habe ich das Ding dann tatsächlich abgeholt. Zusammen mit einer Firma hier, dem Kollegen Westphal, mit dem bin ich jetzt mittlerweile auch ganz gut befreundet. Hat auch, war auch eine sehr interessante Sache, das mal zu sehen, wie so ein Kran abgebaut wird. Und so war es schon ziemlich cool, das mal so mitgemacht zu haben bei bestem Wetter. Da konnte ich also richtig schöne Aufnahmen von machen. Also die Tagebücher waren auch sehr cool. Muss ich auch nochmal ein eigenes Video drüber machen, so als kleine Doku, wie das Ganze läuft. Hier seht ihr, da kommt der Kran bei mir an. Und natürlich auch der Aufbau war natürlich nicht weniger spannend. Für mich, der sowas noch nie gesehen hat und so, war das schon ziemlich cool, das mal so gemacht zu haben. Und da ist er, mein eigener Baukran, er hebt sich in den Himmel. Und naja, die meisten werden es jetzt hier kennen. Viele haben dann gelacht, die sind ja schon tausendmal dran vorbeigefahren an der Hauptstraße. Und jetzt durch den Kran haben sie jetzt praktisch die Markierung, dass sie wissen, ach, da ist die Baustelle vom Fachwerker. Weil der ist natürlich jetzt tatsächlich auch aus relativ großer Entfernung zu sehen. Und naja, wie gesagt, bis heute habe ich noch nicht gebraucht. Aber im nächsten Jahr bin ich davon überzeugt, wenn wir jetzt beim Dach richtig anfangen, dann wird der hier noch ziemlich gute Dienste leisten, nehme ich mal stark an. Und ja, ist ein altes Schätzchen, funktioniert und ob der jetzt ein, zwei Jahre hier länger steht, darauf kommt es ja auch nicht an. Und das ist jetzt ja nicht so, dass ich den hier groß kaputt verschleißen würde. Als nächstes habe ich mich dann tatsächlich auch wieder mehr um die Treppe gekümmert. Ihr seht, das war ja jetzt immer so ein Zwischenprojekt. Deswegen habe ich da auch, glaube ich, insgesamt relativ lange für gebraucht, weil ich da immer wieder bei angefangen habe, dann wieder weggelegt. Und das war auch wirklich eine bescheuerte Arbeit. Also das war nicht sehr schön. Das ist sehr schwierig gewesen, rauszukriegen, wie die jetzt verbaut war. Wo musst du jetzt was lösen, damit es auseinandernehmen kannst und so. Ach ja, das war sehr viel Jugend forscht. Und naja, auch das Handhaben hier von den Gewichten war auch alles nicht so einfach. Also da kann man schon sagen, das war durchaus zwischendurch auch mal gefährlich. Wenn du jetzt nicht willst, dass das alles kaputt geht oder da ins Treppenhaus dann klatscht und so. Ja, da habe ich mir schon richtig einen fertig gemacht. Das sind dann so Arbeiten, die haben mir persönlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, da habe ich auch ziemlich lange das Ganze hängen lassen. So, dann sind wir jetzt schon im Tagebuch 110. Das war dann der letzte Abbau. Da war das praktisch alles klar. Da ist dann mein Zimmermeister nochmal einmal vorbeigekommen. Dann haben wir das zu zweit gemacht. Auch natürlich aus Gründen der Arbeitssicherheit. Weil das einfach so Punkte sind, wo du dann zu zweit mit vier Händen oder wenn du einfach an zwei Ecken anfassen kannst, das Ganze natürlich wesentlich besser handhaben kannst. Hier auch mit Hilfe vom Bagger. Letzten Endes, um das Ganze so ein bisschen zu handeln und so. Ja, das hat dann auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Zu zweit haben wir dann den letzten Rest hier von dem Podest abgerissen. Das war natürlich dann mehr oder weniger nur noch eine Pflichtübung. Wenn du dann erstmal das ganze Gelumpe da runter hast von den Gewichten her, dann jetzt hier dieses Podest abzubauen. Und war nicht mehr so schwer. Und dann ist einem auch erstmal klar geworden, wie viel Poroton da in diesem Treppenhaus noch so versteckt ist. Aber der Zimmermann war natürlich auch nicht nur zum Spaß hier, sondern wir haben dann angefangen an der rechten Seite der Gebelwand. Und zwar, wie man sieht, hier mit dem entsprechenden Ständer und den drei Riegeln dann. Das war auch interessant. Den haben wir tatsächlich mit dem Kran dann da reingehoben. Das ist ja hier mit dieser Ecke von dem Bruchsteinanbau. Da oben seht ihr ja auch Dach, Rinde, Dach und so. Das war alles ziemlich eng, hat aber am Ende funktioniert. Trotz des recht geringen Platzes war das auf jeden Fall auch eine ganz interessante Arbeit. Dann ging es weiter hier mit der Ecke, die in den Bruchsteinanbau so reingeht. Da haben wir dann, da seht ihr ja den Stahlträger, da haben wir noch so eine Zwischenschwelle dann eingebaut. Und eben dann da oben auch zwei Gefache praktisch rein, dass wir dann alles verbunden haben. Hier seht ihr dann mit dem Leimbinder, da ist jetzt ein Eichenholz drauf und so weiter. So ist diese ganze Ecke jetzt wieder picobello. Und ja, mit dem Stahlträger werden wir mal schauen in der Zukunft, was wir da noch mit machen. Dann haben wir natürlich die Schwellen innen drinnen. Die fehlten ja auch noch von den beiden Innenwänden. So, hier seht ihr schon mal die Nr. 1 von der einen Seite und dann die etwas kleinere Schwelle auf der anderen Seite. Und natürlich draußen, seht ihr, ist es mittlerweile auch schon fertig. Draußen dann dieses kleine Stück Schwelle auf der im Prinzip rechten Seite der Giebelwand. Das haben wir dann auch alles noch fertig gemacht. Und so kann man jetzt sagen, waren an diesem Moment die Hauptarbeiten an der Giebelwand fertig. So, dann sind wir im 116. Tagebuch schon. Da ging es tatsächlich los mit dieser Protonschale, ich nenne es mal im Treppenhaus. Da habe ich angefangen, ganz oben, da war es noch Sommer, richtig heiß. Oh Mann, das war echt der Knaller. Und wenn man sich überlegt, das war das Tagebuch 116, Freunde. Und da haben wir jetzt praktisch fast den ganzen Rest des Jahres für gebraucht, um diese Protonschale da rauszureißen. Das ist schon ziemlich heftig. Jetzt habe ich leider keinen richtigen Zähler, wie viele Anhänger das voll waren. Aber das war schon richtig viel Proton. Hier sind wir jetzt auch schon Tagebuch später und so weiter, wo ich dann oben die Ecke schon raus habe, wo ich jetzt wirklich im Treppenhaus mit dem Gerüst dann anfange und Reihe für Reihe praktisch runterstämme. Weil anders geht es halt nicht. Das war wirklich eine sehr anstrengende, zeitraumende Arbeit an der Stelle. Aber zumindest wusstest du da jeden Tag, woran du bist und was du morgen zu tun hast. So, dann sind wir im Tagebuch 119. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich dann Helfer auf meiner Baustelle hatte. In diesem Fall angefangen haben der Thomas und der Alex. Die beiden waren meine Premieren-Gäste, wenn man so möchte. Und haben auch richtig reingehauen. Wir haben ja dann zu dritt so richtig mal diese Protonschale gerockt. Und das war wirklich ein sehr guter Einstieg, hat richtig Bock gemacht. Wir haben natürlich auch zusammen Kaffeepause gemacht und so weiter. Viel gequatscht, viel gelacht, viel Blödsinn erzählt und so, wie sich das gehört. Tipptopp. So, dann nächstes Tagebuch war ich wieder allein unterwegs. Da habe ich dann erstmal ein bisschen aufgeräumt. So den Rest von der Protonschale abgerissen, was noch so übrig geblieben ist und so weiter, was man denn so macht. Ja, dann Nr. 21 oder 121. Da war dann der gute Elmar, war denn da. Und auch mit Elmar haben wir hier richtig was weggerissen. Wir haben also oben die Protonschale jetzt an der Giebelseite angefangen abzureißen. Haben hier erstmal ein Loch ins Fachwerk gemacht, dass wir unsere Lieferkette hier in Gang kriegen. Ja, das war so die ganzen Steine von innen möglichst einfach nach draußen befördern können. Direkt in die Teleskop-Laderschaufel. Ja, auch das war richtig gut. Der Elmar hat auch richtig mit angepackt. Wir haben hier auch die Galerie abgerissen. Das hätte ich auch alleine niemals hinbekommen. Das war so auch sehr, sehr hilfreich, dass der gute Elmar da war. Und was auch ziemlich geil war, der Elmar war mit meinem absoluten Traumfahrzeug hier auf der Baustelle. Ah, einen Opel GT, Freunde. Was soll ich sagen? Habe ich mich direkt drin verliebt. Richtig geiles Auto. Tagebuch später ging es richtig zur Sache. Da waren nämlich die Mädels at work auf der Baustelle. Und wir haben hier richtig Spaß gehabt. Das war richtig cool. Die Mädels haben vor allen Dingen richtig hart mit angepackt. Oh, Steffi. Wenn du anpackst, dann ist das aber so ein bisschen auch, als wenn zwei andere loslassen, wa? Boah, weißt du? Mach da dein Kram weiter. Ein Tagebuch später war dann tatsächlich quasi Nachbar von den Mädels at work bei mir auf der Baustelle der gute Jens. Ja, ziemlich cool. Der hat auch richtig reingehauen. Wir haben ja auch mit der Makita die Proton-Stahl. Ihr seht schon, wir sind jetzt schon an der Giebelwand angekommen, um da die Steine wegzureißen. Ja, das haben wir hier auch zu zweit immer im Wechsel. Hat auch wunderbar funktioniert. Ja, war eine recht schweißtreibende Arbeit. Aber auch der Jens, der hat da richtig was auf sich genommen. 500 Kilometer Anfahrt, um hier auf der Baustelle zu schwitzen. Ja, Respekt sage ich ja nur. Aber auch da kann ich nur sagen, hat das super geklappt. Und wir haben hier richtig was vorwärts gebracht. Sieht man auch hier jetzt, ist praktisch nichts mehr über. Das war eigentlich, sagen wir mal, die Endarbeit an der Proton-Schale hier. Viele Helfer, viele Arbeitsstunden hat es gekostet, den ganzen Kram da rauszukriegen. So, dann ging es weiter. Dann war der Zimmermeister da. Wir haben jetzt angefangen, die Außenwand abzustützen. Weil es war ja klar, nächstes Arbeitspaket werden die Fundamente. Und da habe ich hier schon so ein Stück weit mit angefangen, sagen wir mal, vorgefühlt. Aber was das am Ende tatsächlich für eine Katastrophe wird, das war mir zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht so wirklich bewusst. Dass das also hier noch mehrere Kubikmeter tonnenweise da an Beton gibt. So, dann 125. Da hatte ich Versuch von dem guten Steffen, auch aus der Nachbarschaft. Der hat mir hier geholfen. Erstmal haben wir angefangen, hier mit dem Teleskop-Lader die Gefache rauszudrücken. Warum soll man das von Hand machen mit dem Vorschlaghammer, wenn es auch mit der Palettengabel geht. Das war so die Idee. Hat auch eigentlich funktioniert, auch wenn es vielleicht ein bisschen abenteuerlich ausgesehen hat. Insgesamt, wie ist das nochmal, auch wenn es doof aussieht, wenn es funktioniert, ist es nicht doof. Dass das ganze Gefach übrigens so wackelt, das liegt einfach daran, dass die Wand schon entlastet war übrigens. So, Steffen hat auf jeden Fall hier richtig die Trümmerfrau gegeben. Wir mussten nämlich natürlich nach dem ganzen Kram hier richtig loslegen und aufräumen. Meine Fresse lag da viel Scheiß rum. Also ich glaube, ich habe nochmal zwei Tagebücher nur mit Aufräumen hier verbracht. Aber ich habe natürlich einiges an Steinen auch auf Paletten sichern können. Ja, dann Tagebuch 127. Da habe ich dann mal wieder Eichenholz geholt. Eine riesen Lieferung dieses Mal. Drei volle Anhängerladungen mit Eichenholz. Insgesamt irgendwie dreieinhalb oder fast vier Tonnen Material. Richtig heftig. Das ist jetzt das gesamte Eichenholz, was wir noch brauchen für den Rest des Fachwerks. Also egal, was jetzt am Fachwerk noch kaputt ist, das können wir alles mit dem ganzen Eichenholz instand setzen. Ja, ihr seht, das ist schon echt ein Haufen und der hat mich auch entsprechend einen Haufen Geld gekostet. Das tat schon richtig weh. Dann hatte ich allerdings Hilfe auch von dem guten Micha. Der hat mir dann hier geholfen an dem Tag. Der tat mir richtig leid. Wir mussten diese Blöden, die ja nun länger lagern mussten, die hier in diesen Seitengang, die Hölzer da bis keiner mehr aus den Faden hat. Wie man sonst schon gesagt. Und das war echt eine Knochenarbeit. Also da hat Micha ja richtig mit anpacken hier angepackt. Dann haben wir noch ein bisschen aufgeräumt, noch ein paar Steine gesammelt. Aber das war schon ein sehr anstrengender Tag. Da hatte ich auch richtig so ein bisschen Rücken danach. So, was macht man, wenn man Rücken hat? Man fängt einfach mal an mit ein bisschen Bodenplatte auseinander wämsen. Und das war so die Zeit, wo ich dachte, naja gut, könnte was werden. Und so langsam dämmerte es mir dann aber so nach ein, zwei Tagebüchern, dass das durchaus eine etwas langfristigere Geschichte werden kann. Hier mit dieser Bodenplatte. Das ist jetzt also schon über mehrere Tagebücher springen wir hier jetzt schon. Was das Ganze gedauert hat, erstmal diese Eisenringe hier freizulegen. Dann überhaupt erstmal da zum Teil auf den Boden zu kommen. Aber zum Teil ist da noch nicht mal den Boden zu sehen. Und in den meisten Fällen war unter der Betonschicht noch eine Betonschicht. Also das war wirklich diese Stelle hier, dieser ganze Treppenhaus-Bodenplattenkram hier. Der hat mich dieses Jahr durchaus zurückgeworfen, weil wie ihr nun auch wisst, da habe ich am Ende des Tages schon ziemlich lange dran rumgestemmt. Am Ende waren es an einigen Stellen über 60 Zentimeter. Nur Beton und eben auch noch gemischt, ein wenig armiert mit entsprechenden Eisen, Metallteilen oder irgendwelche Pfähle, so wie ihr das hier sieht. So alte Zaunpfähle aus Stahlbeton, die da auch einfach mit drin versenkt waren. Also das war hier wirklich eine ganz harte Nummer. Ja, die eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit und auch Nerven gekostet hat. Die uns hier auf jeden Fall ein bisschen zurückgeworfen hat in dem Ganzen. Aber immerhin konnte ich jetzt so langsam wieder anfangen mit dem Bagger, also überhaupt mal wieder mit Maschinen zu arbeiten. Wodurch das Ganze dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen erträglicher wurde. Wenn er nicht nur mit der Makita arbeiten muss, sondern auch mal mit anderen Maschinen. So, zwischendurch dann hier mal was anderes gemacht. Mit Junior zusammen hier die Einfahrt ausgebessert von unserer Garage. War auch mal ganz nett. Hier so ein bisschen altes Pflaster instand setzen. Das sind dann so die Kleinigkeiten. Das gönst du dir einfach mal zwischendurch im Sommer. Wenn du mal einfach keinen Bock mehr hast. Auf Beton auseinander kloppen. Ja, dann machst du einfach mal sowas hier. Ist dann schon nahezu entspannend das Ganze. Aber hilft ja nichts. 131 liegt an und ich bin immer noch an dieser Bodenplatte dabei. Da bin ich mittlerweile, das ist jetzt schon das dritte Tagebuch in Folge kann man sagen, wo ich an dieser Bodenplatte arbeite. Hier seht ihr das nochmal. Ja, das sind, da habe ich das mal nachgemessen. Da waren es an der Stelle lockere 60, 65 Zentimeter oder was. Wirklich unfassbar, was da versenkt wurde. Ja, da hatten dann einige vorher schon mal geschrieben. Hol dir mal irgendwie einen großen Presslufthammer oder so. Wo ich dann immer gesagt habe, ach komm hier, das ist mit der Makita alles kein Problem. Bei einer normalen Bodenplatte, die so 10 Zentimeter oder so bisher hier im Haus immer nur dick war, wäre das ja auch kein Problem gewesen. Aber hier an dieser Stelle dann eben doch irgendwie. Also diese ganzen Ringe da, die habe ich dann später noch auseinandergeflext. Aber auch hier seht ihr, ich habe es dann glaube ich hinterher einfach nicht mehr Bodenplatte genannt. Sondern was jetzt noch folgt, da habe ich gesagt, das sind Reste vom Fundament. Da habe ich es einfach umdeklariert, um einfach sagen zu können, mit der Bodenplatte bin ich jetzt soweit fertig. Das ist ja schon fast schon Notwehr gewesen, dass man da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Ja und dann seht ihr, ging es weiter, die ersten Schwellen freilegen, beziehungsweise das, was da von diesen Schwellen noch übrig ist. Und ihr seht hier wunderbar, mit Bauschaum eingeklebt und einfach nur mit so einem Nagel, wirklich ohne Scheiß Leute, mit einem Nagel befestigt. Ja, das ist definitiv auch eine ziemliche Offenbarung gewesen. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. Das hat mich also tatsächlich nicht mehr groß geschockt, der Zustand von der Schwelle und wie das eben verarbeitet war. Aber an dieser Stelle, der Baustelle, ist uns das alles mittlerweile klar, wie das zusammengebaut ist. Und das war dann auch der Beginn meiner neuen Logistikkette. Da hatte ich mir im Vorfeld ja viele Gedanken drüber gemacht. Wir sind am Ende gemeinschaftlich auf diese Idee gekommen. Mach doch einfach Teleskoplader, Rampe davor und fahre mit dem Baumax-Dumper direkt in die Schaufel. Ja, das habe ich dann ausprobiert. Das hat wunderbar funktioniert. Und das habe ich auch dann für die gesamte Entsorgung von diesen Tonnen von Boden, Platte, Steine, Ziegel, sonst irgendwas, habe ich dann diese Logistikkette auch genauso beibehalten. Und es bis heute nicht bereut. Das hat echt wunderbar funktioniert. Ihr seht ja auch hier die ganzen Steine. Das sind alles noch Steine aus den Gefachen, die eben nicht heile waren, die halt kaputt waren oder halt nicht mehr zu verbauen waren. Die wandern alle in die Tonne. Ansonsten habe ich da, ich weiß gar nicht, drei Paletten, glaube ich, drei volle Paletten Kalksandsteine und auch drei Paletten Ziegel oder so gerettet, die man dann eventuell später nochmal irgendwo einbauen kann. Und so ein paar werden ja noch kommen. Ihr seht ja auch rechts da die Giebelseite. So ein paar Steine sind da ja noch so kunstvoll in den Gefachen verbaut. Aber das waren jetzt auch einige Wochen dann nur an Steine aus dem Haus rausfahren, will ich mal sagen. So von daher war das auch recht interessant. Aber mit der Logistik hat das am Ende doch recht gut gepasst. Und so habe ich mich zu der Zeit dann im Prinzip durch diesen ganzen Seitengang durchgearbeitet, durchgebaggert und habe da Tonne für Tonne an Material rausgefahren. Weil ich da ja jetzt überall auch auf die entsprechende Tiefe muss. Also ich muss ja alles auf etwa 50 Zentimeter bringen, damit ich da nachher genug Platz habe für die entsprechende Schotterschicht und natürlich auch für die Bodenplatte. Und weil die Bodenplatte ja auch unter die Fachwerkwand muss, muss natürlich auch das gesamte Fundament von diesem Fachwerk da raus. Wo natürlich hier in diesem Bereich, ihr seht es, noch eine Protonschale vorgebaut ist, die auch übelst hart war. Also die habe ich hier, da war ich auch tatsächlich ein bisschen am Verzweifeln. Die habe ich nämlich hier an dieser Stelle wirklich nicht auseinander gekriegt. Das war schon sehr interessant. Womit die auch immer verklebt waren, das hat richtig fett gehalten und war entsprechend schwer kaputt zu kriegen. Ich habe da auch alles mögliche probiert. Ich habe es mit dem Bagger probiert, ich habe es mit der Brechstange probiert. Es war einfach nicht möglich, diese Steine auseinander zu kriegen, sodass am Ende halt nur rohe Gewalt geholfen hat. Sprich also Makita und dann Stein für Stein klein kloppen. Nur eben, ich nenne es mal hinteren Bereich, da hatte ich ein bisschen mehr Glück. Da konnte ich die tatsächlich mit einer Brechstange praktisch auseinander knacken, die Steine. Weil die einfach so voll waren mit Beton, haben sie das halt ausgehalten. Da ging es einigermaßen, wodurch ich wenigstens ein bisschen Zeit aufholen konnte. So, Nummer 136. Da habe ich dann meinen Vibrationsstampfer bekommen von Baumarkt. Den haben sie mir gesponsert, dankenswerterweise. Und ja, erstmal so ein bisschen, was sich hier einmal freut, hier ein bisschen auspacken und so. Ja, ziemlich cooles Ding. Dauerte allerdings noch ein paar Tagebücher, bis ich den dann zum ersten Mal tatsächlich eingesetzt hatte. Aber hier erstmal auspacken, gucken, Öl checken, Benzin drauf, starten und mich natürlich direkt mit blamieren. Hat auf jeden Fall alles wunderbar geklappt. Wer es gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Aber bevor der halt in Einsatz kam, musste ich natürlich hier erstmal fertig werden. Was ich gerade meinte, ihr seht jetzt, hier bin ich jetzt auf finaler Fußbodenhöhe, kann man sagen, von der Tiefe. Aber jetzt müssen die Fundamente drunter weg und die bestehen leider ungefähr zur Hälfte. Auch wieder natürlich, wie sollte es anders sein, aus Beton. Wodurch man auch hier richtig viel Stemmarbeit vor sich hat. Wo ich auch schon wieder gedacht habe, ach du liebe Zeit. Ja, das kann ja was werden, wenn ich jetzt hier auch wieder so lange brauche, um das ganze Ding auseinanderzustemmen. Dann habe ich zwischendurch ja noch hier meine Split-Klimaanlage installiert gekriegt. Ja, das hatte ich dann ja, das sind so kleine Nebensachen, die dann nebenbei nochmals. Split-Klimaanlage installieren, Außeneinheit, Inneneinheit, den ganzen Kram und so ziemlich cool. Mittlerweile läuft die ja auch hier bei mir, hatte ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Ja, tip top. Aber das sind so Kleinigkeiten, die machst du dann auch mal so. Auch zur Abwechslung ist das mal gar nicht schlecht, mal keine Makita in der Hand halten zu müssen. Sondern einfach mal irgendwas zusammenzubauen, was aufzubauen, anstatt es immer nur zu zerstören. Wobei wir bereits ein Tagebuch später richtig zerstört haben. Da war nämlich der gute Wolf hier auf meiner Baustelle. Der hat seine eigene Makita mitgebracht und dann haben wir hier ein Staccato der Zerstörung losgelassen. Ja, mit zwei Mann, zwei Makitas haben wir dieses Fundament einfach nur pulverisiert. Ja, das war wirklich, das hat richtig Spaß gemacht, Freunde. Da habt ihr auch das Video, hat auch sehr viele Kommentare gekriegt in die Richtung. Das war schon geil, ne, Wolf, der ist echt eine richtige Abbruchmaschine. Und da haben wir hier zusammen richtig losgelegt, ne, die alte Schwelle, da wusste er, ausgebaut. Da brauchte Wolf nur einmal mit dem Hammer draufhauen. Dann war die Sache geritzt, ja. Die Schwelle war natürlich auch nichts mehr mit los. Und ja, hier haben wir tatsächlich auch bis zum Dunkelwerden gearbeitet. Das war schon, ja, war auch wieder ein sehr cooler Tag, wo wir natürlich auch richtig was geschafft haben. Wir haben das gesamte Fundament da dran weggerissen. Ja, das war also schon, kann man sagen, richtig heftig. Da hatten wir uns dann am Ende die Kaffeepause auch tatsächlich mal verdient. Und der gute Wolf, der war auch der letzte Helfer dann für dieses Jahr. Mal gucken, nächstes Jahr, ob es damit dann wieder weitere Freiwillige gibt. Das werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier den Rest des Jahres dann alleine weitergemacht. Die Vorbereitungen für die Bodenplatte hier jetzt praktisch die Betonschicht haben wir in der Erde sitzen lassen. Einfach nur, damit das da ein bisschen stabiler bleibt. Ich mache jetzt noch die Detailarbeit, die Bruchsteine da raus, damit das Ganze auch vernünftig ist. Mache hier schon mal so ein bisschen sauber. Die originale, die ältere Schotterschicht, die da schon länger verbaut ist, sauber machen. Praktisch jetzt hier die Vorbereitungen dafür treffen, dass ich hier den neuen Schotter einfüllen kann. Dafür muss das eben alles auch so ein bisschen sauberer sein. Ja, das waren so die, ich sag mal, jetzt nähern wir uns dem Ende des Jahres. Wir sind jetzt hier schon bei den Abschlussarbeiten. Hier habe ich jetzt noch angefangen. Ich sage ja jetzt dazu nur noch Fundament und nicht mehr Bodenplatte. Aber auch hier sind noch einige Abrissarbeiten zu erledigen. Dann muss hier zum Schluss noch die Erde, wo ich jetzt hier noch stehe, raus. Ein bisschen Hilfe habe ich dieses Jahr auch noch gehabt. So eine Mann hat sich auch noch nicht nehmen lassen, nochmal mitzuhelfen hier auf der Baustelle. Und ja, das sind jetzt so wirklich die letzten Dinge gewesen hier dieses Jahr. Ich meine, das sind jetzt Sachen, das werdet ihr aus den letzten Videos kennen. Aber was natürlich jetzt nochmal interessant war, was ich unbedingt dieses Jahr natürlich noch probieren wollte, das war wenigstens einmal den Vibrationsstampfer hier anzureißen. Ich habe das jetzt hier in dieser Seite vorbereitet. Und ja, dann einmal ausprobieren. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, komprimiert ist das Ganze jetzt vernünftig oder verdichtet, wie man so schön sagt. So, da kann jetzt also die Schotterstich drauf. Und so arbeite ich mich jetzt hier durch den Raum nach hinten hin, also in Richtung Treppenhaus. Und damit wird es dann in den nächsten Tagebüchern, sage ich mal, weitergehen. Weil das hier war jetzt mehr oder weniger dann der Abschluss für dieses Jahr. Zumindest was halt die Arbeiten hier auf der Baustelle betrifft. Ja, das Letzte, was noch passiert ist dieses Jahr, ich habe da noch ein bisschen Schotter gekriegt. Der Lkw-Fahrer hat, weiß ich auch nicht, der fand das, glaube ich, witzig, das einfach mitten auf den Hof zu schütten. Aber andersrum gesehen, gut, ich muss hier nicht groß hin und her fahren. Und letzten Endes ist ja auch das Wegfahren von dem Schotter oder das Reinfahren von dem Schotter ins Haus ist ja mehr oder weniger auch die nächste Arbeit, die jetzt anliegt. So, von daher habe ich das jetzt auch nicht ganz so eng gesehen. 18,6 Tonnen waren das jetzt hier oder sind das hier laut Lieferschein. Und das wird dann definitiv im neuen Jahr die nächste Arbeit werden, nachdem ich die Ecke da hinten noch gestampft habe im Treppenhaus, dass ich diesen ganzen Kram ins Haus reinbekomme. Ja, was soll ich sagen, Freunde, da waren auf jeden Fall einige Überraschungen dabei. Also, was mich zum Beispiel am meisten wirklich ernsthaft überrascht hat, das war, wie früh ich hier mit dieser Treppe bereits angefangen hatte. Ja, das hatte ich wirklich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir so lange an dieser Treppe rumgezangelt haben. Ich meine, dass die Protonschale hier recht viel Zeit in Anspruch genommen hat und die Bodenplatte und so weiter, alles gut. Aber diese olle Treppe, das hatte ich schon wirklich nicht mehr so auf dem Schirm. Naja, so ist das. Das Jahr 2022 ist vorbei. Was willst du machen? Ja, so im nächsten Jahr geht es natürlich munter weiter. Da kann ich euch vielleicht kurz einmal verraten, wie es jetzt weiter geht. Also, ihr seht ja, hier bin ich jetzt dabei. Das heißt, wir fangen jetzt direkt an. Hier schorfele ich den Kram noch raus, dass ich das hier eben kriege. Dann geht es hier mit dem Vibrationsstampfer einmal durch, dass ich hier die ganze Ebene fertig kriege. Der Schotter liegt bereits auf dem Hof. Dann heißt es hier, bitteschön, 18 Tonnen Schotter reinfahren. Das Ganze auch wieder klar machen. Dann kommt der Teil der Bodenplatte hier in diesem Bereich da rein. Dann wird das Fachwerk saniert. Ja, sprich neue Schwellen rein. Dann legen wir mal, gucken wir mal drauf, welche Riegel und so weiter. Das heißt, dann machen wir hier die Fachwerkwand fertig. Und parallel, das hängt dann ja ein bisschen damit an, wie der Zimmermeister Zeit hat. Jedenfalls parallel fange ich dann natürlich schon an der hinteren Giebelwand an. Da muss von außen, da ist ja so ein kleiner Fußweg davor, der muss weggebaggert werden. Das Haus muss da an der Stelle auch ausgestattet werden, dass ich bis runter komme auf Bodenplattentiefe. Ja, da ist einiges zu tun. Vor allen Dingen im hinteren Bereich muss ich mal schauen. Da ist nämlich auch alles zugewachsen, ob ich da nicht auch zuerst ein bisschen klar Schiff machen muss, bevor ich da überhaupt anfangen kann zu arbeiten. Weil im Moment komme ich da mit dem Bagger und dem Damper zwar hin, aber mit dem Teleskopler. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Und da müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Das wird sich dann so im nächsten Jahr ergeben. Also auch der Beginn vom nächsten Jahr wird auf jeden Fall erstmal interessant und ereignisreich zu tun. Habe ich hier auf jeden Fall erstmal wieder genug. Da hatte ich erst ein paar Bedenken zwischendurch. So, ne, was machen wir? Aber ne, dann ist mir das eingefallen mit der Wand und so. Ach, ne, es bleibt also immer noch genug zu tun. Je nachdem, wann wir mit dem Dach dann anfangen und so weiter. Das hat aber auch noch viel mit den Kosten und den Geldgeschichten dann zu tun. Aber das sehen wir dann im neuen Jahr. Ja, ne, so. Deswegen danke ich euch erstmal für ein aufregendes Jahr 2022. Viele Stammzuschauer hier. Ich finde es immer wieder klasse. Ich lese ja immer wieder, wenn die Leute sich tatsächlich so die Tagebücher von Anfang bis Ende durchschauen. Also meinen Kanal finden und das cool finden. Und sich dann echt so richtig, wie sagt man bei Netflix, durchbinschen oder so. Ne, bin, bischen. Ja, ne, wenn man so Serien durchzieht. Finde ich total geil. Hatte ich mal so die Idee, damit das ein bisschen einfacher ist, für die Leute, die so ein bisschen da eben voll Bock drauf haben, sich alle Episoden reinzuziehen. Dass man so eine Art, man nennt das dann Supercut. Dass ich also praktisch immer 10 Episoden zusammenschneide in ein Video. Dass man dann also diese ganzen Intros und Outros alle rausschneidet. Dass man wirklich nur das Video an sich hat. Und daraus dann praktisch so eine Season macht. Also Season 1 oder meinetwegen so 10 Videos oder 15 Videos. Muss man dann gucken, wie lang das Gesamtvideo wird. Könnte vielleicht gerade für die Leute, die so im Nachhinein alle Tagebücher schauen, eine ganz interessante Sache sein. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwann mal Bock und Muße zu habe, das dann so auf den Kanal hochzuladen. Eben genau zu diesem Zweck. Gut, ich kann nur sagen, Dankeschön, dass ihr dieses Jahr so hart hier bei der Stange wart. Ich sag's ja immer wieder in den Kaffeepausen. Ich bin schwer begeistert, wie das hier immer vorwärts geht in den Aufrufzahlen. Und wie ihr auch immer mitfiebert und vor allen Dingen auch mitdiskutiert, mithelft, wenn ich hier Fragen stelle, dass immer wieder Antworten kommen und so weiter. Ich find's absolut klasse, weil das hat so ein bisschen das Gefühl, als würden wir das hier alle so ein bisschen gemeinsam gestalten. Und ich muss ja auch immer sagen, ich hab auch schon sehr oft mit meinen Ideen erstmal so daneben gelegen. Hab mir dann von euch so ein bisschen die Inspiration geholt. Hab das mal in meinem Kopf mal so ein bisschen durchdacht. Hab's dann adaptiert hier auf die Wirklichkeit und dann hat das tatsächlich funktioniert. Und das ist halt, da bin ich immer wieder begeistert von, weil oft lese ich dann immer, ja, was ich alles so weiß, was ich alles so weiß. So viel weiß ich gar nicht, ne. Vieles nehme ich von euch mit und überlege mir dann irgendeine Lösung, ne. Also das ist immer total cool. Das kann man schon fast als so eine Art Community-Projekt hier betrachten. So, von daher vielen Dank an alle, die immer so ein bisschen mitdiskutieren und sich selber auch ein paar Gedanken dazu machen, wenn es hier an irgendwelche Arbeitsgeschichten geht, wie man denn sowas im Detail lösen könnte. So, jetzt hab ich aber genug gequatscht für heute, für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in das Jahr 23. Haltet die Ohren steif und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Von mir war's das für dieses Jahr. Dankeschön für alles und bis denn. Ciao, ciao. Ciao.